Hast du das gehört? Warum tust du denn immer noch so, als würdest du schlafen? Weil du mich sonst aus dem Bett schmeißt, aber wenn ich nachguck, woher dieses scheiß Geräusch entkommen. Du wehst sofort deinen Arsch aus dem Bett. Oh Mann. So, dann mal guten Appetit, mein Schatz. Guten Appetit, Mami. Das ist so heiß. Kalt schmeckt das doch auch nicht. Schatz, entweder ein Jahr ohne mich oder ein Jahr ohne Zocken. Es tut mir leid und ich werde dich auch vermissen, aber wir sehen uns ja in einem Jahr wieder. So hast du sie erzählt? Genau so habe ich sie gesagt und dann habe ich sie rausgeworfen. Sag mal, wo ist denn dieser Rotzlöffel? Ja, hallo? Sag mal, was heißt hier hallo? Es ist eine halbe Stunde, Fettigfreund, denn wo bist du? Ich bin nach der Schule noch kurz zehn Minuten mit zu Leon gegangen. Das interessiert mich im Scheißdreck, du, ob der so vorwacht auf ist. Grüß mal deine Mama ganz lieb von mir. Hä? Du hast mich doch gerade gefragt, wo ich bin. Ich soll dich übrigens noch ganz lieb von Leon grüßen. Ich scheiße auf Leon, du kommst jetzt sofort nach Hause. Ich hatte es jetzt ab, erdust. Mein Gott, regt die sich immer auf. Ich soll dich lieb zurückgrüßen. Eine Runde FIFA geht noch. Gehst du dann auf Klo? Nein, ich muss zuerst. Komm rein. Du kommst nicht rein, ich habe abgeschlossen. Mann, ich muss duschen. Ich bin ein Kacken. Ihhh, du Widerling. Ey, pinnst du den ganzen Tag oder was? Hey! Sag mal, hörst du, schlägt, gib mir sofort die Scheißdreck. Ah, fuck. Weißt du eigentlich, wie scheiße kalt das ist? Okay, Leute, wir müssen jetzt ganz dringend schlafen. In sechs Stunden müssen wir aufstehen. Zackig schlafen. Du weißt aber schon, dass Lena von dir enttäuscht ist, oder? Willst du dich nicht mal wieder bei deiner Mutter melden? Und Schule und Lernen ist dir auch egal? Sag mal, Leute, wenn ihr eh hier gerade am Diskutieren seid, wollen wir dann vielleicht dabei einfach auch was essen? Moin, ähm, ich will ja gar nicht stören, aber ich müsste da mal ganz dringend auf die Toilette. Lara, Marvin, wo bleibt ihr denn? Wir müssen so ein Kiefer und so pinnen. Sieh zu! Er ist aber beim Auto, ist jetzt vorne. Nein, ich will er. Nein! Er ist nicht. Sag mal, seid ihr bescheuert? Beide nach hinten, aber zackig. Oh, ich hab kein Wort! Ach, mach mal deinen scheiß Kopf, der kann auch weg! So, meine Lieben, 15 Minuten Pause. Ja, Mann, endlich, Alter! Und die Pause ist vorbei! Hä? Aber, äh, die Pause hat doch gerade erst angefangen! Oh, Mann! Oh, Mann! Wiesenthaler, ich bin der Faller Sender 2 in der Applaus. Wolle ist auf der Karte, der Karte ist in der 60, und der Säufer ist in der 20 Sekunden in der 20 Sekunden in der 20 Sekunden in der 20 Sekunden in der 20 Sekunden.